Ich glaube, ich hatte keine Zeit, Angst zu haben. Angst ist ein Privileg, privatem Kämmerchen, verborgen im Inneren oder präsent in der Öffentlichkeit. Und ungewollte Angst, berechtigt, berechend, berechnend, brach die Angst hervor aus den Tiefen meines Seins. Denn den Menschen war das egal, wie den Menschen vieles egal ist, wenn es sich sie betrifft. Und selbst dann ist vielen, viel scheißegal. Ach, scheiß auf die Angst. Angst ist ein Sicherheitsapparat in Uhrzeiten geformt. Zugeschnitten für jeden und alles. Setz dich deiner Angst aus, spüre sie, benutze sie, lerne dich kennen. Reflektiere dich und die Heilung kann beginnen. Ich glaube, ich hatte keine Zeit. Ist eine Lüge, wie so oft, wenn man das sagt. Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. Sonst nimmt die Angst dich mit und droht dich zu verschlingen in einem Strudel aus Beklammungen. Panik steigt in dir auf, bis es unerträglich wird. Todesfurcht manifestiert sich. Phobien beherrschen nun dein Sein. Ich glaube, du hattest deine Zeit, Freundchen.